So, hallo meine Lieben. Ja, ich kündige das jetzt mal wieder an, weil es ein Video gibt, ein neues Video zum Thema die Reise ins Positive. Das ist ja die Reihe, die ich gestartet habe für meine lieben Premium-Kanalmitglieder, weil es leider noch nicht so funktioniert mit den Benachrichtigungen, wenn man exklusiv was für die Kanalmitglieder hochlädt. Und wir sind jetzt heute ja wieder mal einen Schritt weiter bei unserer Reise ins Positive. Das Deck ist sehr interessant geworden für die kommende Woche jetzt. Wir haben hier eine große Lernaufgabe, die auf uns zukommt, aber wir sind gefeit, wir wissen Bescheid und wir machen uns diese Lernaufgabe, die da diese Woche auf uns wartet, zunutze. Wir drehen also den Spieß um an der Stelle. Ja, wenn du das auch gerne mitmachen möchtest, wenn du jetzt noch Mitglied werden willst, du kannst du natürlich alle Videos, die zu der Reihe die Reise ins Positive schon online sind, auch nochmal gucken, damit du ja auch aufholen kannst. Weil wir wollen alle positiv sein, wir wollen gut schwingen, wir wollen, dass wir uns gut fühlen. Das ist uns jetzt erstmal das Wichtigste in dieser Zeit. Und ja, weil die Frage öfters mal kommt, wie das funktioniert mit der Kanalmitgliedschaft, sage ich es nochmal. Du kannst auf YouTube gehen, gibst meinen Kanalnamen ein, Angel Readings, drückst auf mein Gesicht und dann hast du schon den Button Mitglied werden und kannst Range Supporter oder eben Premium Supporter werden. Das kannst du jeden Monat auch wieder kündigen. Also da gibt es kein Abo für ewige Zeiten, sondern du kannst einfach nach dem Monat sagen, ja, war schön, aber ich will das jetzt nicht mehr. Dann müsst ihr auch schon wieder draußen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Gucken. Es wird eine interessante Woche und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Also meine Lieben, Servus!